Es hat es wirklich gebracht, den Sieg und ich glaube, die ganze Mannschaft hat wirklich hart gearbeitet. Wir haben schmutzige Sachen richtig gemacht, sind auf die Tore gegangen und haben auch mal geschossen öfters. Ich glaube, das hoffen wir. Ich glaube, noch ein bisschen auf den Baubling müssen wir hinarbeiten, müssen wir hoher sehen. Aber ich glaube, im Ganzen müssen wir noch vielleicht hart arbeiten. Wir haben total gute Spieler und ich glaube, mit harter Arbeit kommen wir ans Ziel.